Herzlich willkommen bei ZDF heute live. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Über keine Social-Media-Plattform wird in den letzten Wochen so viel berichtet und gesprochen wie über TikTok, die Hochkant-Kurz-Video-App aus China. Und in Deutschland ist auf dieser Plattform keine Partei so erfolgreich wie die AfD. Ihre Reichweite dort ist ziemlich groß und die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei zielt dort mit ihren Inhalten vor allem auf Jungwähler und Jungwählerinnen ab. Rechtspopulistischer, aber auch rechtsextremer Content läuft auf TikTok ziemlich gut und wird dort hunderte, tausende, teils hunderttausende Male geliked, kommentiert und geteilt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat jetzt erklärt, dass zukünftig auch die Bundesregierung stärker auf TikTok präsent sein soll. Und private User und Userinnen stellen sich dort vermehrt gegen Inhalte. Ihr seht es schon hinter mir. Gegenwind für die AfD auf TikTok. Wie funktioniert diese Plattform? Wer nutzt sie im politischen Diskurs aktuell wie? Und wie viel Differenziertheit ist da eigentlich in so kurzen Hochkant-Videos möglich? All das sind Fragen, die wir heute besprechen wollen. Und das mache ich mit TikTok-Experte Markus Bösch und mit den TikTok-Creatoren Mischa und Anthony. Und wie immer hier bei ZDF heute live auch mit euch vor den Screens da draußen. Wenn ihr Fragen zum Thema habt oder eigene Erfahrungen, vielleicht ja auch mit TikTok, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt uns wie immer gerne hier im YouTube-Chat oder per Mail an die eingeblendete Adresse. Ja, und wie die AfD aktuell auf TikTok performt, das haben sich Sarah Dankbar und Vedat Atschigös für uns angeguckt. TikTok, eine Plattform vor allem für Kinder und Jugendliche. Von den 14- bis 19-Jährigen in Deutschland waren im Jahr 2022 über die Hälfte bei TikTok aktiv, darunter Erst- und Jugendwähler. Sie nutzen kurze Videos, um sich auch politisch zu informieren. Und darum sind hier auch politische Parteien verstärkt unterwegs. Ganz erfolgreich wird die Plattform von der AfD genutzt. Sie hat deutlich mehr Reichweite als die anderen Parteien zusammen. Zwischen Anfang 2022 und Ende 2023 wurden Videos der AfD im Schnitt 430.000 Nutzern angezeigt. Die Videos der anderen Parteien lagen deutlich drunter. Politiker wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach wollen der AfD nicht das Feld überlassen und ihre Präsenz auf TikTok ausweiten. Aber auch junge Social-Media-Nutzer wollen sich in Livestreams oder Videos gegen die AfD stellen und rechtsextremen, populistischen, demokratiefeindlichen Inhalten entgegentreten. Ja, und über diese Plattform, ihren Erfolg und ihre Mechaniken spreche ich jetzt mit TikTok-Experte Markus Bösch, der uns live aus Köln zugeschaltet ist. Guten Abend, Herr Bösch. Einen schönen guten Abend nach Mainz. Wir haben das ja gerade ganz eindrucksvoll in dieser Grafik gesehen, wie viele Impressionen die AfD verglichen mit allen anderen Parteien in Deutschland auf TikTok hat. Herr Bösch, warum ist gerade die AfD so erfolgreich auf dieser App? Nun ja, die AfD war einfach deutlich früher als die anderen Parteien auf der Plattform und hatte mehr Zeit, sich den ganzen Plattformspezifika und der C-Weisen der Plattform zu nähern. Er hat ganz viel ausprobiert und sehr erfolgreich eine Maschinerie quasi für eine Gegenöffentlichkeit aufgebaut, die nicht nur auf den Accounts der PolitikerInnen basiert, sondern eben auch auf einer gesamten Armee von Fans, die die Inhalte reposten, verbreiten und weiter. Bei TikTok verbreiten deswegen die Balkengrafik eben bei imposant. Ich fürchte, wenn man die Fans noch mit einrichtet, würden diese Grafik noch deutlich drastischer aussehen. Ja, Fans ist vielleicht auch ein ganz interessanter Begriff. Das ist ja eigentlich gar kein Begriff, den wir so aus der politischen Welt kennen. Wie viele Fans haben denn die anderen Parteien so und wie performen die anderen Parteien auf dieser App aus ihrer Perspektive im Vergleich? Es ist ja nicht so, dass die anderen Parteien nicht auch auf TikTok wären und es gibt wirklich eine ganze Reihe von Abgeordneten im Bundestag, aber auch in den Länderparlamenten, die auf der App erfolgreich sind und zum Teil auch individuell eine relativ große Reichweite haben. Nur das verblasst eben in dieser absoluten Dominanz von AfD-Narrativen. Ein Beispiel, wenn man nach Parteien sucht, findet man bei der SPD einige Accounts. Wenn man nach der AfD sucht, kriegt man hunderte von Accounts, die das Logo der AfD als Profilbild haben oder die AfD im Namen. Das sind nicht alles Accounts von der Partei, aber letztlich verbreiten die alle die Botschaft der AfD. Wie muss denn so ein TikTok-Video aussehen, damit es erfolgreich ist und wie nutzt die AfD vielleicht mal an einem Beispiel diese Mechaniken? Also TikTok-Videos funktionieren anders als YouTube-Videos, weil sie per se eigentlich erst mal kürzer sind. TikTok will jetzt auch längere Videos, aber die Aufmerksamkeitsspanne auf TikTok im Moment ist dadurch geprägt, dass die Videos einfach schnell funktionieren müssen. Das heißt, am Anfang muss es knallen und dann muss es genauso weitergehen. Und das hat die AfD durchaus perfektioniert, bis hin zu dem Punkt, wo Parlamentsreden nicht mehr für das Parlament geschrieben werden, sondern mit so einer kleinen Dramaturgie in Stücke gehackt auf der Plattform sehr gut performen. Beispielsweise Alice Weidel, die dann ihre Parlamentsrede oder das Snippet beginnt mit Wer arbeitet, ist der Dumme. Und so ein Sound, der wird dann auf TikTok durch die eingebaute Funktionalität, dass man diesen Sound auch für eigene Videos verwenden kann, dann bis zu tausendmal in unterschiedlichen Videos genutzt und verbreitet. Ja, ich glaube, man hört schon raus, dass es, um TikTok erfolgreich zu nutzen, sowohl privat als auch jetzt in der politischen Kommunikation ganz viel Medienkompetenz braucht. Und ich habe jetzt hier direkt einen Kommentar aus der Community, wo jemand sagt, ich denke nicht, dass andere Parteien sich gezwungenermaßen dort präsentieren müssen. Politik sollte ja sachlich sein und keine Zirkusshow. Natürlich sollte man auch die Sorgen und Probleme der Jugend berücksichtigen. Was sagen Sie dazu? Also ich glaube, man muss einfach jetzt auch im Jahr 2024 verstehen, dass TikTok nicht mehr nur eine App von für tanzende Teenager ist. Neueste Zahlen aus den USA vom Pew Research Center zeigen, dass in den USA 40 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer zwischen 30 und 40 sind. Und die Zahlen geben auch her, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer auf TikTok zwischen 60 und 90 Minuten pro Tag liegt. Und da ist jetzt natürlich die Frage, will man diese 60 bis 90 Minuten nutzen, um die eigenen politischen Inhalte einer großen Zielgruppe kundzutun? In Deutschland nutzen ja fast 21 Millionen Menschen TikTok. Oder will man das Feld komplett der AfD verlassen, überlassen, weil man hat ja noch Broschüren und macht Straßenwahlkampf? Sie haben gerade schon gesagt, um auf TikTok erfolgreich zu sein, muss alles sehr schnell passieren. Das Video muss quasi sehr schnell zünden, damit es den User oder die Userin überhaupt dran hält und der nicht sofort weiter swipet. Inwiefern kann man denn jetzt also auch für dieses Überangebot der AfD den TikTok-Algorithmus verantwortlich machen? Der wird ja auch super viel besprochen, dass der den Usern sehr gezielt auch Inhalte ausspielt, die vielleicht bewusst zuspitzen und polarisieren. Ja, letztlich wird sehr viel ausgelagert auf diesen ominösen Algorithmus. Aber letztlich sind es natürlich Nutzerinnen und Nutzer, die sich diese Videos anschauen. Und wenn ein Video oft geschaut wird, dann wiederum sagt der Algorithmus, oh, dieses Video scheint interessant zu sein und zu funktionieren. Also spiele ich es noch mehr Menschen aus. Also es ist meiner Ansicht nach zu kurz gegriffen, auf den Algorithmus zu referenzieren, sondern man muss einfach sehen, dass diese Videos erfolgreich sind, weil sie angeschaut, geliked und kommentiert werden. Ja, es kommt also schon raus, TikTok ist nicht mehr nur eine reine Tanz-App, wie ihr hier auch gerade schreibt. Hier sind Kommentare wie, ich bin mir nicht sicher, ob Tänze von Scholz, Merz oder gar Lauterbach das Problem wirklich beheben. Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Tänze jetzt gar nicht mehr das wichtigste Mittel auf TikTok sind, sondern dass das einfach ein politischer Playground geworden ist. Inwiefern könnte denn TikTok in Deutschland auch die Wahlen dieses Jahr beeinflussen, die ja bevorstehen? Also wir haben zum einen die Europawahl im Juni, wir haben aber auch die Landtagswahlen im Osten. Willensbildungsprozesse sind natürlich ein bisschen komplexer, ähnlich wie übrigens Radikalisierungsprozesse. Die finden nicht ausschließlich auf TikTok statt. Da bin ich mir absolut sicher. Der Punkt ist aber, dass durch die hohe Nutzungsdauer TikTok ein zentraler Player geworden ist. Denn auch hier wird sich informiert, hier wird diskutiert. Und dementsprechend hat TikTok ganz sicherlich ein Einfluss auf die Wahl. Der Punkt ist, dass in den Landtagswahlen zunehmend ja auch das Wahlalter jetzt auf 16 herabgesetzt wurde. Und das heißt, für die jüngere Zielgruppe auf TikTok gibt es jetzt hier maßgeschneiderten Content von beispielsweise der AfD, die diese Zielgruppe direkt im Blick hat. Und das ist halt eben auch der Punkt, der bei der AfD sehr stark ist. Da gelingt es beispielsweise dem Europaabgeordneten Maximilian Krar mit jedem einzelnen Video unterschiedliche Zielgruppen explizit anzusprechen, übrigens komplett ohne Tanzen. Jetzt ist ja Social Media nicht erst ein Thema, was wir seit gestern haben. Facebook wurde zum Beispiel 2004 gegründet, also vor 20 Jahren. Und viele Politiker und Politikerinnen nutzen ja digitale Medien, verschiedene Social Networks, auch in ihrer politischen Kommunikation. Und das nicht erst seit gestern. Warum fällt es denn gerade auf TikTok so vielen schwer, dort Inhalte zu machen, die auch gesehen werden? Das hat sicherlich auch was mit einer Altersstruktur zu tun. Das kennt man letztlich auch von vielen Journalistinnen und Journalisten, die halt mit Instagram groß geworden sind und diese App auch eher täglich nutzen, denen es bisweilen auch schwer fällt, sich einen Reim auf TikTok zu machen. Und der Punkt ist, dass TikTok im Vergleich zu den vorangegangenen, eher sozialen Netzwerken dann auch mal ganz anders funktioniert. Denn egal ob Facebook, Twitter oder Instagram, überall dort musste ich mir erst mal diesen sozialen Zirkel aufbauen. Ich folgte Menschen, die wiederum folgten mir, die haben dann meine Botschaft bekommen. Und TikTok ist jetzt die erste Plattform, die sich davon verabschiedet hat. Man kann Menschen folgen, aber man muss das nicht. Denn ab dem ersten Video auf der For You-Page schaut sich die App an, was gefällt dem Nutzer, der Nutzerin. Und wenn ich alle Videos wegswipe und mir ausschließlich Katzen angucke, dann werde ich auch mehr Katzen-Content kriegen. Die App ist insgesamt ein bisschen dadurch, durch diese algorithmische Kuratierung, unaufgeräumter, ein bisschen chaotischer und vielen fällt es schwer, sich da jetzt am Anfang einen Reim drauf zu machen. Ja, schneller, lauter, chaotischer. Das sind jetzt alles Mechanismen, die man auch auf die politische Kommunikation und auf die politische Debatte anwenden muss. Wenn wir noch mal auf die inhaltliche Ebene schauen. Was sind denn da Inhalte, die die AfD aktuell erstellt, die im Algorithmus oder die bei den User und Userinnen besonders gut ankommen? Was macht die aus? Vielleicht, wenn man das ein bisschen charakterisieren kann. Die AfD setzt letztlich auf eine recht schlichte Propagandaerzählung. Es gibt die korrupten Eliten und es gibt die AfD, die an der Seite des gemeinen Volkes steht. Sehr viele Videos der AfD-Abgeordneten beginnen auch mit Liebe Freunde. Und dieser Narrativ ist natürlich deutlich einfacher als die komplexe Wirklichkeit politischer Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse. Denn hier geht es quasi immer nur darum, die korrupten Eliten müssen weg und dann kommen wir dran, und dann ist alles wieder in Ordnung. Also recht verkürzt ist das der Narrativ, der wieder und wieder und wieder wiederholt wird. Ja, also ein verkürztes Narrativ, das sich natürlich auch recht einfach in kurzer Zeit erzählen lässt. Was müssten denn jetzt andere demokratische Parteien in Deutschland machen, um diese Imbalance im Meinungsspektrum, die sich da zeigt, wieder ausgleichen zu können? Weil oft erklärt sich ja politische Bildung oder politische Vorhabengesetze nicht ganz so einfach, dass man sagt, das kann man jetzt super in zehn Sekunden erzählen. Das ist absolut richtig. Aber letztlich geht es hier erstmal darum, einen Narrativ zu finden, der Leute auch wirklich abholt. Nicht technokratisch, sondern wirklich auf der Plattform dialogisch auf Augenhöhe. Und dann geht es sicherlich auch um die Art der Erzählung. Gerade tradierte Parteien, die ja nicht nur aus dem 20., sondern dann eher aus dem 19. Jahrhundert kommen, müssen verstehen, dass das massenmediale Zeitalter des 20. Jahrhunderts vorbei ist. Wir leben in einer Ära im 21. Jahrhundert, die durch Plattformen geprägt ist. Und auf diesen Plattformen kann jeder Mensch mit einem Smartphone Inhalte rauspusten. Es gibt ein ungleich höheres Angebot an Informationen. Und hier kann man sich nur positionieren, wenn man die Plattformspezifika nutzt, wenn man dialogisch auf Augenhöhe und schneller einen attraktiven Narrativ präsentiert, der Leute auch irgendwie abholt und mitnimmt, der emotional ist und dann zu den Informationen kommt. Und das fällt vielen PolitikerInnen natürlich schwer, die eher analytisch, rational informieren wollen, was ja okay ist. Aber die Art und Weise der Verpackung müsste sich vielleicht ein wenig ändern. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es im 20. Jahrhundert nicht auch Bundespräsidenten gegeben hätte, die in Shows am Abend hoch auf dem gelben Wagen singen. Also das ist jetzt durch TikTok, die politische Kultur ist nicht am Ende. Ja, das ist ja ein Vorwurf, den wir auch immer wieder hören, dass TikTok selbst als Plattform nicht genügend unternimmt gegen Inhalte, die menschenverachtend sind, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Müssen wir da auch die Plattform irgendwie mehr in die Verantwortung nehmen? Auf jeden Fall. Also die Plattform muss ganz sicherlich in die Verantwortung genommen werden, vor allem, weil es jetzt auch die erste große Plattform ist, die eben nicht aus dem Silicon Valley kommt, sondern aus einem autoritären Staat mit all der Problematik, die dahinter steht. Und in die Pflicht genommen wird, TikTok ja auch jetzt gerade auf europäischer Ebene, dank des Digital Service Actes, läuft auf europäischer Ebene jetzt eine erneute Untersuchung, ob die Plattform ihre Pflichten erfüllt. Die Community-Richtlinien bei TikTok sind oft gar nicht so das Problem. Die sind recht gut. Es hapert nur bisweilen bei der Durchsetzung dieser Community-Richtlinien, wobei man im Kontext AfD sagen muss, dass der zentrale AfD-Account aufgrund Verstoßes gegen die Community-Richtlinien vor zwei Jahren ja gesperrt wurde. Ja, dann habe ich hier noch eine Frage beziehungsweise einen Debattenpunkt aus der Community, den wir auch immer wieder diskutieren. Hier in Deutschland kommt er auf, aber vor allem auch verstärkt in den USA wurde und wird da diskutiert. Hier fragt jemand auf YouTube, wäre es nicht besser, TikTok ganz zu verbieten? Das ist halt die Frage, kann man das rechtlich und will man das? Denn wir in Westeuropa, wir in den USA, sind eben nicht China, sind nicht autoritär und natürlich kann man jetzt hingehen und versuchen, diese Plattform zu sperren. Bislang sind diese Versuche in den USA aber nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Da hat man es noch nicht mal geschafft, die App in Montana, dem Bundesstaat Montana zu sperren. Aber diese Diskussion kocht jetzt gerade wieder auf. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, denn wo macht man dann weiter? Muss man dann noch eine App wie CapCut zum Video editieren sperren, weil die ebenfalls ByteDance gehört und sperrt man dann auf Facebook? Also wo fängt man an und wo hört man auf? Herr Bösch, danke schön, dass Sie meine Fragen und die Fragen der Community beantwortet haben. Schönen Abend noch und alles Gute nach Köln. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, ich glaube, es ist rausgekommen, TikTok ist als Debattenort, als Debatten-Spielplatz mittlerweile absolut angekommen in der deutschen Gesellschaft, aber auch im politischen Berlin, zumindest in seiner Relevanz. Wir haben aber auch gerade gehört, dass auch individuelle Nutzer und Nutzerinnen versuchen mittlerweile ein Gegengewicht zu rechtspopulistischen Inhalten zu bilden. Zwei von ihnen, nämlich Mischa und Anthony, die seht ihr hier gerade im Bild. Die beiden fordern in ihren TikTok-Livestreams immer wieder User und Userinnen aktiv auf, mit ihnen in politische Debatten zu gehen. Und die zwei, die ihr hier gerade seht, sind mir jetzt auch live zugeschaltet. Hallo Mischa, hallo Anthony, schönen guten Abend. Guten Abend, Grüße aus Düsseldorf. Anthony, wann hast du angefangen, auf TikTok politische Inhalte zu machen? Vor, ich glaube, ungefähr neun oder zehn Monaten habe ich angefangen, als ich gesehen habe, die AfD nervt ziemlich und es nervt mich. Genau. Mischa, wie würdest du denn als erfahrene TikTokerin die aktuelle politische Stimmung auf TikTok beschreiben? Ich würde sagen, es wendet sich. Wir haben so ein bisschen das Spielfeld geglättet. Wir haben die Bälle zu uns ins Feld geholt und ich würde auch sagen, wir haben ein paar gute Tore gemacht. Jetzt muss man vielleicht noch kurz einmal erklären, was ihr dort genau macht. Maria, wir haben das eben in den Bildern schon gesehen. Ihr macht regelmäßig Livestreams, also quasi so ein Stream, wie wir jetzt hier beim ZDF machen, bei dem sich Leute live dazuschalten können und euren Diskussionen folgen können. Anthony, ihr beschäftigt euch da ganz konkret mit der AfD, geht mit AfD-Sympathisanten und Sympathisantinnen ins Gespräch und ihr fordert Menschen dort immer wieder zu Folgendem auf, gebt mir einen guten Grund, warum ich die AfD wählen sollte. Anthony, was macht ihr da für Erfahrungen? Naja, dass ich keinen bekomme. Ich mache das 161 Tage lang und es läuft ein Counter mit. Ich bin jetzt betagt 93 ohne Grund. Das sagt mir zumindest eins. Bisher habe ich noch keinen gefunden. Oder es gibt keinen. Weil egal, was mir geliefert wird, das sind eigentlich immer die gleichen sieben Gründe. Langsam ratter ich die Gegenargumente runter, weil man sie auswendig weiß. Und das bedeutet für mich im Umkehrschluss, die Leute wissen gar nicht, warum sie die AfD wählen, sondern es ist so eine Gefühlsentscheidung und keine faktenbasierte Entscheidung, was ja eigentlich der Grund sein sollte, eine Partei zu wählen. Mischa, du bist in diesen Livestreams auch oft dabei. Du arbeitest als Anwältin, bist also Expertin auch für rechtliche Fragen. Wie erlebst du denn das? Was sind die Gründe, die euch Menschen anführen und was wollt ihr mit diesen Livestreams erreichen? Also wir haben meistens so einen guten Dreiklang der Gründe, die Menschen anführen. Also wir haben die momentanige Flüchtling- beziehungsweise Asylpolitik unter dem großen Bergmantel, dass gewisse Menschengruppen einfach krimineller oder aggressiver sind als andere. Dann haben wir die Ampel oder beziehungsweise Menschen, die mit der aktuellen Regierung unzufrieden sind. Und da als Unterpunkt wäre dann zum Beispiel die Klimapolitik oder die Strompreise, die wir dann erörtern müssen beziehungsweise die Gründe dafür. Und der dritte große Punkt, der, glaube ich, immer angeführt wird aus meiner Perspektive, ist, wenn die Leute einfach die Frage relativ generalistisch fragen, wo ist denn die AfD menschenfeindlich oder warum halt so dagegen, wo man dann halt einfach so sich durch das Programm durcharbeitet und das Programm aus verschiedenen Blickpunkten einfach versucht zu kritisieren und aufzuarbeiten. Das heißt, wenn ich euch richtig verstehe, versucht ihr eigentlich die sehr aufgehitzten, sehr popularisierten Debatten auf TikTok zurück auf eine sachliche Ebene zu holen. Anthony, wie offen sind die Leute dafür? Was erlebst du so in diesen Diskussionen? Gar nicht. Das ist ja das Problem, was ich feststelle, was ich vorhin gesagt habe. Die Leute sind sehr gefühlsbasiert in den Diskussionen und oft sind es irgendwelche, und ich will es ja auch nicht kleinreden, Schicksale, die die Menschen getroffen haben, für die dann eine Regierung verantwortlich gemacht wird und das ist dann der Punkt, an dem ich das halt nicht mehr verstehen kann. Ja, ich habe absolutes Mitleid mit Leuten, die Schicksalsschläge erlitten haben und möchte, dass es ihnen besser geht, aber ich akzeptiere nicht, dass dafür jemand verantwortlich gemacht wird, der nichts dafür kann. Das ist meistens immer deine eigene Schuld, wenn es dir schlecht geht. Meistens, nicht immer meistens. Jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei und die AfD kommuniziert dort, sie ist auch frei, das zu tun und Parteien, und es ist auch legitim, Kritik an der Ampelregierung zu haben, Mischa. Was sind eure Gründe für das, was ihr da tut? Also mein hauptsächlicher Grund ist, ähnlich wie bei Anthony, mit politischem Unwissen bei Menschen abzubauen, Ängste tatsächlich auch zu hören und ein bisschen die Gründe dafür rauszukitzeln, warum die Menschen die Parteien wirklich wählen. In meiner Erfahrung nach ist in neun von zehn Fällen bringen die Leute ganz, ganz viele Argumente, die auch fühlen und nicht auf Fakten basieren. Wenn man dann ein bisschen unter der Oberfläche kratzt, ist einfach sehr, sehr viel Unzufriedenheit, sehr vieles Gefühl, das Alleinigelassensein und sehr viel Einsamkeit bei vielen Menschen vorhanden. Wo wir helfen können, ist bei politischer Unwissenheit. Niemand muss Parteien wählen, ohne zu wissen, was darin steht. Ich kann aber auch verstehen, dass Politik nicht gerade für den einfachen Bürger, der mit Problemen und anderen Prioritäten behaftet ist, gut zu verständlich erklärt wird. Und das ist ein Vorwurf, dass ich der Ampel beziehungsweise jeder Regierung bislang gemacht habe, dass sie einfach Parteienhalte für Menschen nicht gut erörtert und auf die Bedürfnisse der Menschen, die dann doch alle ähnlich gelagert sind, nicht gut eingehen. Und da würde ich sagen, versuche ich halt schon anzugehen und zu sagen, ja, wir können uns über gewisse Themen unterhalten. Ich kann dich auch ein bisschen an die Hand nehmen und wir können uns deine politische Bildung zusammen erweitern. Wir müssen nur wegkommen von gewissen populistischen Narrativen und darauf hinarbeiten, dass viele Sachen einfach auch dem Kapitalismus geschuldet ist oder anderen Problemen, die halt in diesem Land vorhanden sind und die wir übrigens auch nicht leugnen. Wir sagen nur, dass die AfD keine Lösung für diese Probleme hat. Anthony, jetzt ist ja TikTok, das haben wir jetzt schon rausgehört, ein Debattenraum, der extrem aufgehitzt ist und aufgeladen. Wie erlebt ihr denn ganz persönlich Reaktionen auf die Videos, auf die Livestreams, die ihr dort macht? Boah, ich kann gar nicht zählen. Also ich habe euch ja ein paar Videos im Vorfeld geschickt, da hört ihr ja, was die Leute mir so ein bisschen in den Kopf werfen. Ich sei ein Feigling, ich sei ein Pimmel, ich sei ein linker Fascho oder was auch immer. Also ich habe bestimmt auch schon gelesen, 70 von 100 Nachrichten, die ich bekomme, sind entweder Mordwünsche, Mordsverdrungen, Todeswünsche. Wir finden deine Adresse. Leute bezahlen sogar Geld dafür, meine Adresse rauszufinden, habe ich jetzt mittlerweile gehört. Ja, erlebe ich genau so. Ist erschreckend. Mischa, du hast auch gerade gesagt, dass Menschen Politik verstehen, nicht verstehen, ist erstmal auch irgendwie klar, weil Politik ist etwas Komplexes. Jetzt versucht ihr dort, Menschen das näher zu bringen. Aber sind da nicht eigentlich auch die Politiker und Politikerinnen in der Verantwortung, das zu tun? Zu 100 Prozent. Also ich habe, das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich grundsätzlich an Politiker habe, dass ich finde, dass eben die Medienkompetenz, die Empathie und die emotionale Intelligenz fehlt, ihre wichtigen Inhalte und komplexen Inhalte für Menschen verfügbar zu machen. Und dass da einfach jahrelang diese Arbeit ausgelagert wurde, beziehungsweise vernachlässigt wurde und dann wurden diese Plätze von der AfD oder von anderen rechten Parteien oder würde ich sagen, sehr idealistischen Parteien gefüllt, die dann halt an die Gefühle der Menschen angeknüpft haben. Ich finde es gut, dass sich mittlerweile so ein bisschen auch die Motivation und die Begeisterung bei den anderen Parteien geweckt war, aber aus meiner Perspektive zu spät. Und jetzt muss man auch wirklich mal auch ein bisschen Arbeit und Medienkompetenz reingesteckt werden, um Menschen auch mit den sozialen Netzwerken inhaltlich abholen zu können. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt viele AfD-Politiker und Politikerinnen, die da sind. Es gibt ganze Bundestagsreden, die extra für diese Social-Plattform ja auch optimiert werden. Und wir haben aber auch gehört, Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, der ist jetzt auf jeden Fall auch da. Anthony, hast du Politiker, Politikerinnen, wo du sagst, die machen das schon richtig gut beziehungsweise die haben verstanden, worauf es bei dieser neuen Kommunikationsform ankommt? Ja, aber das sind leider die Kleineren, was nicht heißt, dass ich das schlecht finde, dass sie das machen natürlich. Wir haben, jetzt fällt mir leider der Name nicht ein, das ist ein kleinerer Landtagsabgeordneter der SPD, mit dem haben wir schon ein paar Livestreams gehabt. Der macht das super, der macht auch nahe an dem, was junge Menschen auf TikTok machen, quasi auch aktuelle Trends und die entsprechenden Videoschnitte, verbunden mit den politischen Inhalten. Allerdings finde ich, und ich folge auch Ricardo Lang auf TikTok, auch sie macht das gut. Die macht tatsächlich auch die Trends mit, aber, und das ist sehr wichtig, wichtiger als coole Schnitte oder so, irgendwas ist die Eloquenz und das macht die Frau richtig und es ist gut, dass man das auf TikTok sieht, weil, wenn man eins von der AfD auf TikTok sieht, dann ist es laut, beleidigend, hetzend und das mag man eigentlich nicht. Das heißt aber, das ist ja ganz interessant, du sagst gerade, dass jetzt verschiedene Politiker, ich habe jetzt von dir gerade gehört, ein SPD-Landtagspolitiker, auch versuchen, sich auf eure Livestreams mit draufzusetzen, oder? Genau, richtig. Wir hatten schon zwei, wir hatten auch einen aus dem Bundestag, glaube ich, den Markus Hümpfer, der jetzt zweimal zu uns kam und jetzt mittlerweile auch anfängt, sein eigenes Zeug zu starten. Ich glaube, der wusste das, der kannte das alles nicht, das TikTok, hat er ja auch selber zugegeben und jetzt fängt auch langsam an, das schreiben wir uns jetzt nicht auf die Kappe, dass er deswegen uns macht, aber vielleicht haben wir zumindest einen kleinen Teil dazu beigetragen. Mischa, du hast sehr viel Erfahrung damit, was bei TikTok gerade abgeht, was Menschen politisch bewegt. Wie blickst du denn unter dieser Prämisse mit diesem Vorwissen auf die Wahlen, die dieses Jahr noch anstehen, gerade vielleicht auch die Europawahl, wo ja 16-Jährige auch mitwählen dürfen? Also zum einen halte ich es für ein Irrglauben, dass TikTok nur die jungen Menschen, also ich sage jetzt mal U25, beeinflusst. Meine Hauptdebattierpartner sind zwischen 35 und 65. Das ist eine Sache, die die Parteien maßlos unterschätzen, wie viele ältere Menschen oder Menschen jeglicher Altersgruppen auf TikTok sich zusammenschließen und darüber ihre Inhalte auch teilen. Also es ist nicht schwerpunktmäßig nur bei der Jugend anzusetzen. Ich sehe die Chancen, dass wir es schaffen, einen krassen Rechtsdruck zu verhindern, gar nicht so schlecht. Also ich merke es von der Arbeit also Anthony und ich, also Anthony macht das ja schon länger, ich bin ja erst so seit vier Monaten dabei, dass sich der Diskurs verschiebt, dass die Leute weniger in den Dialog mit uns gehen, die krasse extremistische beziehungsweise radikale Anwichten haben, weil sie feststellen, dass sie nur über Lautstärke und Aggressivität uns beiden nicht das Wasser reichen können. Und am Ende des Tages diskutieren wir nicht nur mit den Leuten gerade auf Augenhöhe, wir haben Zuschauer, wir haben Leute, die vielleicht durchsquabben. Und ich habe einige Nachrichten, auch unabhängig von den negativen Nachrichten, dass Menschen mir schreiben, ich habe dich in dem Live gehört, ich möchte zwar nicht, wie du mit den Personen geredet hast, aber ich kann nichts gegen deine inhaltliche Aufarbeitung dazu sagen. Und vielen Dank, dass du mich davon überzeugt hast. Und das habe ich vermehrt. Und das gibt mir tatsächlich ein bisschen positive Stimmung, dass wir mehr Leute erreichen können und weg von diesen schwarz-weiß-propagandistischen Narrativen mehr wieder zu Inhalten und mehr wieder zur Politik, die allen Bürgern dieses Landes zugutekommen kann. Ja, und vielleicht abschließend an dich noch die Frage, Anthony, das sind ja jetzt alles Dinge, die wir hier debattieren, die im digitalen Raum stattfinden. Gewählt und gelebt wird ja immer noch im Analogen. Macht ihr diese Erfahrungen, die ihr auf TikTok macht, auch im echten Leben, beziehungsweise nutzt ihr Strategien, die ihr auf TikTok nutzt, um in Debatten zu gehen, auch im richtigen Leben? Ja, ich bin sehr froh, dass du mich das fragst. Und ich hoffe, das ist jetzt erlaubt, weil das ist auch vielleicht ein bisschen Eigenwerbung. Aber ab Tag 100 hatte ich geplant, dieses Live-Konzept, gib mir einen guten Grund, die AfD zu wählen, auf die Straßen zu packen. Also ich bastel mir einen Banner und stelle das auf, wo das draufsteht und stelle mein Handy hin, dass die Leute im Livestream natürlich trotzdem zuschauen können und rede mit den Leuten auf den Straßen genau über dieses Thema und schaue natürlich, wie gut das läuft. Zum anderen Teil der Frage, die Techniken oder was ich durch die Debatten hier gelernt habe, wende ich an. Ja, ich habe noch nie mit meinen Eltern über Politik diskutiert und seit einem halben Jahr mache ich das massiv und habe auch das Gefühl, es bringt ein bisschen was. Oder mit Freunden oder mit Arbeitskollegen, von denen ich weiß, dass sie die AfD wählen und so. Ja, oder altere Arbeitskollegen, die nicht wissen, was Gendern bedeutet oder wenn wir Kinder in meiner Arbeit, ich arbeite in einer Kinder- und Psychiatrie, wenn die dann non-binär sind oder trans und die älteren Kollegen wissen das nicht, dann kann ich das denen erklären, weil ich lerne das auch alles durch Leute, die in meine Lives kommen, wie Misha, die mit dem Thema sehr eng sind und sehr viel Ahnung davon haben und ich sauge das alles nämlich auf wie so ein Schwamm und trage das nach außen. Und die Erfahrungen sind gut, also im echten Leben sind die Leute gemäßigter, die definitiv, die trauen sich das nicht, so gemein zu sein. Misha und Anthony, danke, dass ihr bei uns wart und einen schönen Abend noch. Dankeschön und natürlich geht auch das Shoutout raus zu vielen unserer Kollegen, die machen die Arbeit nicht alleine und wir sind sehr dankbar, in einer Güte zu sein und natürlich geht an Winter, Miss Sympathikus, Lili und Aki, das sind nur einige Namen, Azulin, die uns helfen, diese Arbeit zu machen und das Wissen an Menschen zu bringen und ich bin immer wieder froh, Teil dieser Güte sein zu dürfen. Dankeschön. Danke, schönen Abend noch. Ja, ich glaube, es ist rausgekommen, dass TikTok als Debattenraum ganz neue Regeln hat, an die sich alle Schritt für Schritt gewöhnen, auch im politischen Raum. Wie das auf TikTok weitergeht, wie wir da über Politik diskutieren, wer dort über Politik diskutiert und wie sich das vielleicht ja sogar schon auf die Wahlen dieses Jahr in Deutschland niederschlägt, ihr werdet es hier bei ZDF heute live erfahren. Danke, dass ihr dabei wart und schönen Abend noch. noch estarg tin und Gericht mitaissez, wenn etwas anderes in der Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017